Apostelgeschichte 16, 11-40 Apostelgeschichte 16, 12-40 Apostelgeschichte 16, 12-40 Apostelgeschichte 16, 12-40 Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, Diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe und verkündigen Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt sind, da wir Römer sind. Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwarmen. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und zugleich öffneten sich alle Türen, und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf, und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel Zittern vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sie auf der Stelle taufen, er und alle die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Als es aber Tag wurde, sandten die Hauptleute, die Gerichtsdiener, mit dem Befehl, lass jene Leute frei. Da verkündete der Kerkermeister dem Paulus diese Worte, Die Hauptleute haben die Anweisung gesandt, dass man euch freilassen soll. So geht nun hinaus und zieht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, Sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Und jetzt schicken sie uns heimlich fort? Nicht so, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Da verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte den Hauptleuten und diese fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da verließen sie das Gefängnis und begaben sich zu Lydia. Und als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie und zogen fort. Soweit Gottes Wort. Und ich lese euch den Predigtext vor. Das ist Philipper 1, Vers 1 und 2. Und lasst uns auch dafür dann aufstehen. Gottes Wort. Philipper 1, Vers 1 und 2. Bei Paulus und Timotheus. Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr könnt gerne wieder Platz nehmen. Ja, liebe Gemeinde, das ist also ein Brief an die Gemeinde in Philippi und lasst uns zuerst mal schauen, wo Philippi ist. Wenn du eine Bibel aus der Bank hier hast, dann hast du ganz hinten eine Reihe, eine Karte mit den Missionsreisen des Apostel Paulus. Und da kannst du sehen, wie Paulus gereist ist. Und dass er also bei seiner zweiten Reise, die grüne Pfeilen, auch durch Philippi gekommen ist. Philippi war damals also ein Teil von Mazedonien. Und das ist das jetzige Griechenland, wenn ich es richtig habe. Und das war damals, wie wir gelesen haben, eine römische Kolonie. Das heißt, die Stadt war eine Art von Rom in Kleinformat. Es war die Idee, dass die Soldaten, die römischen Soldaten, irgendwo in dem Gebiet des römischen Reiches ein Leben wie in Rom haben könnten. Die Einwohner waren römische Bürger. Und das bedeutet, dass die bestimmte Rechte hatten. Paulus war auch römischer Bürger und wir haben gelesen, dass er deswegen nicht ohne Urteil öffentlich geschlagen werden durfte. Und Philippi war die erste Stadt in Europa, wo das Evangelium verkündet wurde und wo eine Gemeinde gegründet wurde. also das ist schon Europa, die erste Stadt in Europa. Und wenn Paulus in Philippi ankommt, predigt er den Frauen am Fluss des Evangelium und wir haben gelesen, und der Herr tat das Herz des Lydia auf und sie wurde getauft. Die erste Taufe in Europa, die erste Taufe in der Stadt Philippi und so könnte man sagen, wurde dort eine Gemeinde gegründet. Gottes Wort wurde auch begleitet von Zeichen und Wunden und was machen die Apostel danach? Danach befreien sie eine Frau von ihrem Wahrsaker Geist und das bringt sie in Probleme. Paulus und Silas werden dann ins Gefängnis geworfen, aber Gott zeigt seine Größe und durch das Erdbeben bekommt Paulus die Gelegenheit auch dem Kerkermeister das Evangelium zu predigen. Auch er wird samt seinem Haus getauft und so ist da schon ein weiteres Mitglied der Gemeinde in Philippi. Und diese Gemeinde, die dann, wie wir sehen werden, noch weiter gewachsen ist, schreibt Paulus einen Brief, wenn er im Gefängnis sitzt. Viele meinen, dass er den Brief im Gefängnis in Rom geschrieben hat, circa 62 nach Christus ist eine Option. Andere meinen eher, er hat es in Epheser geschrieben oder in Caesarea. Ganz genau wissen wir es nicht, aber die These, dass es aus dem Gefängnis in Rom ist, haben schon sehr viele Leute. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du es dir vorstellst, wenn du ins Gefängnis eingeliefert würdest. Ich denke, wir sind da nicht so glücklich. Und wie wir diese Woche gesehen haben, als wir den Dokumentarfilm über John Bunyan gesehen haben, bedeutete es auch, dass man weiterhin sich um sich selbst kümmern musste. heutzutage im Gefängnis hat man viele Vorrechte eigentlich. Man kriegt zu essen, es wird vieles versorgt, aber damals war das nicht so. Und wir könnten uns vorstellen, wenn das Paulus einen solchen Brief geschrieben hat, so wie ich es in einem Artikel las, Liebe Gemeinde in Philippi, jetzt hat es mich wohl endgültig erwischt. Ich sitze hier schon seit Monaten im Gefängnis. Ich warte auf meinen Prozess und die Chancen sind groß, dass ich zum Tode verurteilt werde. Da sitze ich und warte und könnte doch so viel für Gott tun. Ich kann Gott einfach nicht verstehen. Erst gibt er mir die Aufgabe zu predigen und dann lässt er mich in diesem Loch verrecken. Ich fühle mich von Gott abgeschoben. Ich mag nicht mehr. Ich würde am liebsten aufgeben. Manchmal denke ich vielleicht wäre mein Tod das Beste für mich. Dann hätte ich endlich meine Ruhe. Nun macht es gut. Herzliche Grüße euer Apostel Paulus. Er hätte ja allen Grund gehabt so einen Brief zu schreiben. Jedoch der Brief der Paulus wirklich schreibt ist ganz anders. Es ist ein unglaublicher fröhlicher Brief. Statt über sein eigenes Schicksal zu klagen macht Paulus der Gemeinde in Philippi Mut. Bis soweit was ich da in einem Artikel las. Ja das ist eigentlich unvorstellbar dass Paulus so einen Brief schreibt. Andererseits hat er gerade in Philippi erlebt wie Gott auch im Gefängnis ihn verwenden kann um weiterhin für das Evangelium zu arbeiten. Der Brief ist herzlich warm voller Freude in Christus und es wird klar dass Paulus eine ganz besondere Beziehung zu dieser Gemeinde hat. Er fühlt sich mit ihr ganz intensiv verbunden. Und es ist ein Brief wo wir viel über Christus lesen und ich gebe deswegen der ganzen Reihe des Philippe Briefes die Überschrift Alles in Christus Alles in Christus Heute schauen wir uns die ersten zwei Verse genauer an. Zuerst Vers 1 Paulus und Timotheus Knechte Jesu Christi an alle Heiligen in Christus Jesus die in Philippi sind samt den Aufsehern und Diakonen. Briefe waren ja damals eher Papierrollen und da war ein Stempel drauf ein Siegel und das erste war dann die Anschrift sozusagen die Adressierung das wurde dann schon so gerollt dass das sichtbar war und da fragt man sich schon was wenn die Leute gedacht haben so eine Adressierung zu lesen aber dieser sagt schon sehr viel aus wenn man in der Schule lernt einen offiziellen Brief zu schreiben lernt man auch wie wichtig eine genaue Adressierung ist oder niemand mag es wenn man seinen Namen falsch schreibt und in Österreich besonders ist es auch ganz wichtig dass die richtigen Titel voran oder nachgestellt sind und am liebsten verwendet man alle Titel die jemand hat und ja dann wie gesagt einige vor dem Namen einige noch hinter dem Namen einige danach und man denkt wohl besser ein Titel zu wenig als besser ein Titel zu viel als zu wenig denn als ich von der Bildungsdirektion in der Steilmark angestellt wurde haben sie mir sogar noch einen extra MA dazu geschrieben besser ein Mastertitel zu viel als zu wenig und die Titel die man hat die sagen natürlich einiges über die Person aus mit der man zu tun hat und das ist auch was wir in diesem Vers sehen die Titel die hier Paulus und Timotheus haben und auch wie sie die Christen in Philippi nennen das sagt ganz viel aus daraus lernen wir was es bedeutet eigentlich Christ zu sein und darüber könnte man viel sagen aber heute schauen wir uns diese zwei Definitionen in diesem Vers mal an was bedeutet es Christ zu sein ein Christ ist Sklave Jesu Christi und heilig in Christus Jesus Paulus und Timotheus Knechte Jesu Christi an alle Heiligen in Christus Jesus die in Philippi sind das zuerst also ein Christ ist ein Sklave Jesu Christi vielleicht sagst du wieso sagst du Sklave da steht doch Knecht ja aber wenn du unten bei der Fußnote schaust in diesem Kirchenbibel dann siehst du auch das Wort bezeichnet einen leibeigenen Knecht oder Sklaven und das ist die Basisbedeutung des griechischen Wortes so haben auch andere Übersetzungen es übersetzt zum Beispiel die neue Evangelistische Übersetzung da wird so umschrieben es schreiben Paulus und Timotheus Sklaven von Christus Jesus Sklaven von Jesus Christus was bedeutet es ein Sklave Christi zu sein ich denke heutzutage haben viele beim Wort Sklaven eine negative Konnotation ein negatives Gefühl bei vielen wurde das Bild von Sklaven durch die Geschichten über Sklaverei von Afrikanern in Amerika geformt aber das war nicht die natürlich nicht die Situation wie es in Paulus Zeit war in der römischen Zeit musste es nicht so unbedingt sein dass ein Sklav ein schlechtes Leben hatte die Struktur der Gesellschaft war völlig von Sklaven abhängig circa ein fünftel der Einwohner im römischen Reich war Sklave und es gab viele verschiedene Sorten Sklaven und Sklafinnen Haussklaven und die Haussklaven konnten durchaus auch ein gutes Leben haben es gab auch Sklaven die am Land arbeiten mussten die Arbeit war schwerer aber als Sklave hatte man nicht unbedingt ein schweres Leben in manchen Fällen war es sogar besser Sklave zu sein als Freie denn als Sklave hatte man wenigstens zu essen und wurde man bei Krankheit medizinisch versorgt was bedeutet es Sklave zu sein und was bedeutet es Sklave Christi zu sein John MacArthur hat darüber ein Buch geschrieben Sklave das Buch auf Deutsch Sklave Christi übrigens und ich fand das sehr lesenswert und er nennt fünf Aspekte des Sklaven Seins die ich weitergeben möchte erstens es bedeutet ein exklusives Eigentum Herren hatten das völlige Sagen über ihre Sklaven als Sklave war man völlig das Eigentum seines Herren und da ist zum Beispiel der Unterschied zu einem Tagelöhner klar ein Tagelöhner konnte sich auch entschieden einen Tag mal nicht zu arbeiten ein Sklave konnte das nicht er gehörte nicht mehr sich selbst er gehörte seinem Herrn als Christ kennen wir das auch als reformierte Christen denken wir dann schnell auch an den Heidelberger Katechismus denke ich unser Bekenntnis sagt es ganz klar ich gehöre nicht mehr mir selbst sondern meinem treuen Erlöser Jesus Christus und ja wir im Reich Gottes sind keine Tagelöhner sozusagen im Reich Gottes gibt es nur Sklaven die ganz das Eigentum Christi sind und das ist sogar unser einziger Trost im Leben und im Sterben kann es ihm zugehören es ist viel besser ein Sklave Christi zu sein als irgendwas in dieser Welt also exklusives Eigentum zweitens was bedeutete es auch Sklave zu sein völlige Unterwerfung völlige Unterwerfung die einzige Pflicht die man als Sklave hat ist das Kohorsamen des Meisters es war im Prinzip undenkbar nicht zu gehorchen und das hatte nicht immer mit mit Angst vor Strafe zu tun es war einfach ja was erwartet war was was man tut wenn man Sklave ist dann gehorcht man gehorsam war selbstverständlich so war es für Sklaven damals so soll es auch für Sklaven Christi sein so soll es für Christen sein die Bibel sagt uns dass wir gehorchen sollen und Gottes Gebote halten sollen ja wenn wir Jesus lieben halten wir seine Gebote und das ist irgendwie ganz logisch denke ich wenn ich das so sage aber viele Christen meinen sie dürfen selber entscheiden ob und welche Gebote sie gehorchen wollen aber so ist unsere Beziehung zum Herrn Jesus nicht gemeint wir sollen uns völlig ihm unterwerfen und gehorchen drittens dritter Aspekt bemerkenswerte Hingabe bemerkenswerte Hingabe irgendwie hatten Sklaven schon ein einfaches und überschaubares Leben sie hatten nur eine Pflicht und das war den Willen ihrer Herren ausführen und unter Sklave hat man dann auch wohl bemerkt es reicht schon einen Herrn zu dienen ja stell dir vor dass du noch einen Herrn hättest zwei Herren dienen müsste ja das ist unmöglich das hat Jesus selbst auch gesagt niemand kann zwei Herren dienen wenn man das trotzdem versucht dann gibt es Probleme Christsein für Christsein gilt es auch wir können nicht zwei Herren dienen wir haben eigentlich ein überschaubares Leben wir sollten nur tun was der Herr Jesus uns sagt und ihm sollten wir hingegeben sein wir sollten immer den Tag den Willen unseres Herrn tun und das beten wir auch in unser Vater dein Wille geschehe und das das ist was die Bibel sagt und da ist natürlich die Kampagne schon ja fand ich abstoßend dass eine Partei gesagt hat euer Wille geschehe das ist doch ein Hinweis auf dieses Gebet warum es um Gottes Wille geht und viertens vollkommene Abhängigkeit Sklaven waren wenn es um die tägliche Bedürfnisse ging völlig von ihrem Herrn abhängig und dafür wurde dann auch gesorgt das hat natürlich viele Vorteile sie mussten sich nicht sorgen wegen Essen Trinken und Kleidung sie konnte sich völlig auf die Arbeit die sie zu tun hatten konzentrieren auch das gilt für ein Christ wenn du weißt dass Christus dir alles nötige gibt dann kannst du dich also völlig der Arbeit und der Berufung Christi widmen Jesus hatte das selbst auch gesagt wir haben es schon gehört Matthäus 6 25 sorgt euch nicht um euer Leben was ihr essen und was ihr trinken sollt noch um euren Leib was ihr anziehen sollt ist nicht das Leben mehr als die Speis und der Leib mehr als die Kleidung und dann Matthäus 6 33 trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit so wird euch dies alles hinzugefügt werden und ein Sklave hatte eine persönliche Verantwortlichkeit der letzte Aspekt ein Sklave musste nur eine Person Rechenschaft ablegen seinem eigenen Herrn nur seine Meinung gilt ein Sklave könnte natürlich sagen ja aber die anderen Sklaven haben gemeint ich habe das gut gemacht aber das macht keinen Sinn es geht darum was der Meister was der Herr sagt wenn er zufrieden war dann konnte auch der Sklave zufrieden sein und so ist es auch als Christ wir müssen nur Christus Rechenschaft ablegen wir ja es ist nicht wichtig ob andere Christen zufrieden über uns sind ja das gibt uns ein gutes Gefühl wenn wir merken dass andere Menschen uns bewundern oder etwas gut finden aber letztendlich müssen wir nur Christus Rechenschaft ablegen am Ende werden wir alle vor dem richtigen Stuhl Christi stehen und dann geht es nicht darum was die Meinung anderer zu uns ist sondern wie Christi Meinung ist und das ist auch befreiend jetzt heutzutage schon weil wir so beschäftigt damit sind was finden andere Leute von uns was denken andere Leute über uns was wird er oder sie sagen oder als Komment geben bei meinen Fotos oder Postings nur ihm sind wir Verantwortung schuldig und wenn er zufrieden ist dann werden wir mit diesen Worten belohnt werden Matthäus 25 21 recht so du guter und treuer Knecht du bist über wenig treu gewesen ich will dich über vieles setzen geh ein zur Freude deines Herrn ein Christ ist also ein Sklave Christi und die Bibel spricht dauernd darüber obwohl das in den meisten Übersetzungen nicht so klar ist wie hier auch Knecht aber im Griechischen steht eigentlich Sklave und in der römischen Antike war es dann auch noch so es macht natürlich schon einen Unterschied wer dein Herr war wenn du einen wichtigen Herrn hattest hattest du als Sklave auch mehr Ansehen ein Sklave des Kaisers zum Beispiel der im Haus des Kaisers arbeitete war unter den anderen Sklaven sehr geachtet es war eine Ehre ein Sklave des Kaisers zu sein und in dem Sinne sollte es uns sollte es für uns eine große Ehre sein Sklave Christi sein zu dürfen er ist der beste Herr der höchste Herr der Herr der Herrlichkeit und seine Größe seine Herrlichkeit seine Macht strahlen dann auf uns und durch uns und dann ist eine wichtige Frage natürlich bist du ein Sklave Christi vielleicht hast du noch nicht so darüber nachgedacht und dir die Frage noch nicht gestellt die Frage ist aber nicht willst du überhaupt ein Sklave sein willst du ein Sklave sein nein die Bibel ist klar alle Menschen sind Sklaven die Frage ist nur wessen Sklave du bist bist du ein Sklave ein Knecht der Sünde und des Teufels oder bist du ein Sklave Christi der Teufel ist ein harter Meister und wird dich kaputt machen die Sünde der du dienst wird dich in die Hölle ziehen Christus aber ist ein guter Meister der dich liebt und rettet und belohnt und ihm dienen ist eine große Ehre und eine große Freude von wem oder was bist du ein Sklave bist du ein Sklave Christi oder bist du noch ein Sklave des Keldes von Sex von Arbeit von deinem Handy von Macht von der Meinung anderen anderen Menschen von Sport von Nachrichten von von Alkohol von Zorn oder was man sich noch ausdenken könnte und Sachen müssen an sich nicht mal Sünde sein aber wenn du ein Sklave dessen bist dann ist es nicht gut dann denn nur Christus hat ein Anrecht auf dich du musst aber kein Sklave der Sünde bleiben du kannst Sklave Christi werden er hat nämlich den Preis dafür bezahlt so wie wir hören in 1. Petrus 1 Vers 18 und 19 er hat den Preis bezahlt denn ihr wisst ja dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen mit Silber oder Kold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen von den Vätern überlieferten Wandel sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes und 1. Korinther 6 Vers 20 denn ihr seid teuer erkauft darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist die Gott gehören ich hoffe dass das auch ein wenig helft die die negative Konnotation der Worte Sklave Christi weg zu lassen manche haben doch noch immer Probleme damit ich habe mal jemandem das Buch Sklave Christi zu lesen gegeben und hat dann gemeint ja ich finde es zu negativ und es gefällt mir nicht es ist zu wenig liebevoll weil es steht ja doch in Johannes 15 zum Beispiel ich nenne euch nicht mehr Knechte denn der Knecht weiß nicht was sein Herr tut euch aber habe ich Freunde genannt weil ich euch alles verkündet habe was ich von meinem Vater gehört habe oder Römer 8 Vers 15 ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen dass ihr euch wiederum fürchten müsstet sondern ihr habt den Geist des Sohnes empfangen der Sohnschaft empfangen indem wir rufen Abba Vater ja dann könnte ein Widerspruch dann könnte jemand sagen ist das nicht ein Widerspruch dann stimmt es dann wohl was du alles über Sklave Christi sein gesagt hast ja ich glaube man muss die einzelnen Bilder die die Bibel verwendet nicht gegeneinander ausspielen wir können nicht sagen aha hier lesen wir die Bibel ist die Kirche ist Braut Christi also kann sie nicht eine Herde sein oder ein Leib doch die Bilder die die Bibel verwendet für das Christsein für das Leben als Gemeinde die ergänzen einander man darf das eine nicht gegen das andere ausspielen Paulus und Timotheus Knechte Jesu Christi an alle Heiligen in Christus Jesus Paulus und Timotheus nennen sie hier Sklaven Christus ist für sie alles und deswegen sind sie stolz darauf Sklaven Christi zu sein Paulus könnte auch andere Titel dazuschreiben er könnte sagen dass er Apostel ist er könnte viel von seiner früheren Ausbildung erzählen aber das macht er nicht er nennt sich schlicht Sklave Christi und darin lernen wir ihn am besten kennen er stellt sich da ganz klein ganz demütig vor andererseits nennt er nennen sie Paulus und Timotheus die Christen in Philippi Heiligen in Christus Jesus das ist auch was es bedeutet Christus sein woran denkst du wenn du das Wort heilig hörst heiligen in Philippi ich denke hier in österreich denke viele menschen an die heiligen der römisch katholischen Kirche der Papst ja sagen sie kann menschen mit einem außerordentlichen leben nach ihrem Tod heilig sprechen und da kann man sogar zu ihnen beten aber das ist hier nicht gemeint hier werden alle gläubiger gemeint und auch hier ist wieder die Übersetzung die neue evangelistische Übersetzung interessant an alle Gläubigen in Philippi das heißt an alle die durch Jesus Christus geheiligt sind so könnte man das umschreiben alle Heiligen in Christus Jesus das sind alle die durch Jesus Christus geheiligt sind von uns aus sind wir alle unheilig sündig verloren aber wenn wir zum glauben an Jesus kommen sieht Gott uns als heilig heilig aber nicht in uns selbst sondern heilig in Christus geheiligt durch Jesus Christus und das das obwohl du dich auch nicht immer so fühlst denn du kannst noch sehr mit zünden zu kämpfen haben das ist im Heidelberger katechismus in frage 60 wird das sehr schön in woorden gefasst frage 60 im Heidelberger katechismus wenn du mitlesen willst seite 1626 da wird dann gefragt wie bist du gerecht vor Gott dann ist die Antwort zuerst allein durch wahren glauben in Jesus Christus und dann zwar klagt mich mein Gewissen an dass ich gegen alle gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin Gott aber schenkt mir ganz ohne mein Verdienst aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi er rechnet sie mir an als hätte ich nie eine Sünde bekangen noch gehabt und selbst den ganzen gehorsam verbracht den Christus für mich geleistet hat wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme heilig geheiligt in Christus und das bedeutet dann auch getrennt von der Sünde um nun Gott zu verherrlichen wenn du glaubst ist Christus in dir und bist du in Christus und das ist auch es steht hier nicht an alle heiligen in philippi nein es steht alle heiligen in christus jesus in christus jesus in jesus in christus im herrn das ist eine kombination die im neuen testament häufig vorkommt auch in diesem philippe brief wird sie oft benutzt und es ist ein sehr reicher ausdruck eigentlich und um einen eindruck von diesem reichtum zu bekommen was es bedeutet in christus heilig zu sein in christus zu sein möchte ich einige texte mit euch durch gehen zuerst 1. korinther 1 vers 30 da wird schon so viel darüber gesagt was es bedeutet in christus jesus zu sein 1. korinther 1 vers 30 seite 1195 durch ihn aber seid ihr in christus jesus was bedeutet das alles der uns von gott gemacht worden ist zur weisheit zur gerechtigkeit zur heiligung und zur erlösung und dann 2. korinther 5 vers 17 darum ist jemand in christus so ist er eine neue schöpfung das alte ist vergangen siehe es ist alles neu geworden der vers 1 vers 3 gepriesen sei der Gott und Vater uns des Herrn Jesus Christus der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in christus und dann vers 7 in ihm haben wir die erlösung durch sein blut die vergebung der übertretung nach dem reichtum seiner gnade und er vers 2 vers 6 und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen regionen in christus jesus es ist die Mühe wert zumal die briefe im neuen testament durch zu lesen und darauf zu achten wie oft das benutzt wird und was es alles bedeutet was für ein reiches bild entsteht dadurch in christus bist du heilig eine neue schöpfung mit auferweckt voller weisheit gerechtigkeit heiligkeit ohne verdammnis das ist wer du bist als christ das bestimmt deine identität nicht deine titel hier auf erden nicht der status in den sozialen medien nicht die meinung deiner freunde sondern jesus christus bestimmt wer du wirklich bist alles in christus und das war für paulus und timotheus klar und dass sie das so schreiben in diesem in dieser anschrift in dieser adressierung das zeigt uns auch wie man als christian miteinander umgehen sollte demütig über sich denken groß gut gnädig über die andere paulus ist bescheiden wenn es um sich geht und nennt sich sklave christi andererseits hebt er seine lese auf und nennt sie heilig in christus und diese diese haltung passt auch zu dem rest seines briefes was sonst noch auffällt in diesem vers ist dass da auch steht ich war jetzt verwirrt aber ich bin noch im Epheserbrief in der Bibel in Philippe 1 steht dann auch noch samt den Aufsehern und Diakonen das ist was besonderes weil das in wenigen Adressierungen dabei steht aber hier steht es da und das ist bemerkenswert diese Aufseher und Diakonen haben vielleicht eine Rolle gespielt beim Geschenk bei der Unterstützung die sie für Paulus geregelt haben aber es ist auch ein Hinweis darauf dass die Gemeinde tatsächlich weiter gewachsen ist eine gottesfürchtige Frau wurde gerettet und getauft sie und ihr Haus ein Kerkermeister wurde gerettet er und sein Haus und jetzt hat diese Gemeinde Aufseher und Diakone was für eine Gnade die Gemeinde ist gewachsen die Gemeinde hat Struktur bekommen der Herr hat die Gaben und Personen geschenkt um seine Gemeinde zu führen und dann lesen wir den Gruß Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus diese Worte sind für uns wohl bekannt ich sage sie fast am Anfang fast jeder predigt es ist ein apostolischer biblischer Gruß und er hat einen tiefen Inhalt Gnade und Friede das verbindet zwei Welten die Menschen haben einander damals gegrüßt mit einem Wort das klingt wie Gnade aber was Paulus hier sagt hat dann das Wort Gnade tatsächlich genommen und einerseits klingt es bekannt aber er hat es damit eine klare christliche Bedeutung bekommen Gnade und dass es eine christliche Bedeutung hat wird dann auch klar weil er sagt von Gott unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus und Paulus wusste was die Gnade bedeutet er hat es in seinem Leben herausgefunden dass die Gnade ihn aus der Finsternis geholt hat dass die Gnade ihn der noch ein Feind Gottes war gerettet hat und er beschreibt das so schön in 1. Timotheus 1 wie er der größte der Sünde war 1. Timotheus 1 Vers 15 glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist um Sünde zu retten von denen ich der größte bin aber darum ist mir Erbarmung widerfahren das ist Gnade Paulus wusste nichts in mir kann mich retten aber Jesus rettet mich und dann das Wort Friede das war der übliche Gruß für Juden Shalom haben die gesagt und das ist die andere Welt die hier so verbunden wird das hat man einander gewünscht Shalom Friede und Shalom ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg so wie wir denken wenn wir sagen wir leben in Österreich in Friede Nein Shalom ist die volle Freude und das herrlichste Leben durch die Anwesenheit Gottes dieses Wort trägt dann auch Hoffnung in sich wir wissen dass es diesen Frieden mit Gott gibt auch wenn die Welt noch im Krieg ist die Welt liegt noch in Trümmern wir können jetzt schon diesen Frieden mit Gott haben durch den Glauben aber wir haben auch die Verheißung dann dass der endgültige ewige Friede kommt das ewige Friedensreich kommt und dann können wir ewig die herrliche Anwesenheit Gottes genießen das ist dann die das der wirkliche Shalom die Reihenfolge der Wörter ist hier schon bedeutsam Gnade kommt zuerst denn nur durch Gnade hat man diesen Frieden mit Gott und die dazugehörende Hoffnung Gnade und Friede wenn Paulus nur diese zwei Wörter geschrieben hätte wäre das schon sehr schön aber der Kruis ist noch tiefer indem er also sagt er nennt Gott den Vater von Gott unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus das macht es exklusiv christlich nur durch Christus kennen wir Gott als Vater und nur wer Jesus Herr nennt hat Gott als Vater und nur in Christus haben wir Gnade und Frieden und wir hören diese Worte jede Woche und ich denke wir denken oft nicht so lange darüber nach aber diese Worte eröffnen uns eine ganz andere Welt sie ermöglichen uns das Leben auf eine ganz andere Weise zu sehen sie öffnen wenn der Geist hilft unsere Augen für die Herrlichkeit Christi ist das nicht was wir brauchen wir leben in einer sündigen Welt voller Dunkelheit und dann müssen wir dazu noch bekennen dass wir selbst sündige Menschen sind mit dunklen Ecken in unserem Leben und die Welt sagt uns du musst dich lieben du musst an dich glauben aber wenn ich in mich hineinschaue finde ich da keine Liebe keine Kraft kein Licht ich finde da nur Sünde und Finsternis aber der Herr Jesus das Licht der Welt der auf uns zukommt gibt die Gnade dass wir Kinder Gottes sind und der Herr Jesus gibt uns Frieden so dass wir keine Feinde Gottes mehr sind sondern seine Freunde und der Herr Jesus gibt uns dann die Hoffnung für die Ewigkeit alles in Christus Amen lasst uns beten lieber Gott himmlischer Vater wie wunderbar ist es dass du uns Jesus geschenkt hast und wie herrlich ist es zu sehen in deinem Wort was du uns in Jesus geschenkt hast Weisheit Gerechtigkeit Heiligung Vergebung Erlösung Hoffnung Gnade und Frieden oh wie herrlich sind diese Worte und wenn wir sie besser verstehen würden würde unser Herz explodieren vor Freude aber wir sind so beschränkt und wir sind auch in unserer Freude noch oft so 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 schwach aber lass uns staunen Herr über deine Gnade lass uns staunen über Christus lass uns leben mit ihm durch ihn und zu seiner Ehre lass uns Christus sehen bei allem bei allen Dingen die wir tun und hier auf uns besser zu verstehen was es bedeutet ein Sklave Christi zu sein aber auch was es bedeutet heilig in Christus zu sein auch wenn unser Gewissen uns wieder anklagt dass wir gegen alle Gebote gesündigt haben lass uns daran denken dass du uns siehst in Christus als ob wir nie Sünde hätten bekommen oder gehabt ja dass du uns so siehst als ob wir selbst das Leben geführt haben das heilige Leben das gute Leben das Christus geführt hat hilf uns das mehr und mehr zu verstehen das beten wir aus Gnade in Jesu Namen Amen